Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist dreithürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis